Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily News. Heute mit Themen wie Assassin's Creed, Unity, Call of Duty, Battlefield, EA Access, Playstation Update und was uns immer noch so einfallen wird. Nerds sind sexy und ihr alle seid überwältigend schöne Wesen, aber bitte lasst uns versuchen, dass es auf dieser Plattform um Spiele geht. Okay, jetzt könntet ihr euch natürlich wundern, was das bedeutet, aber so steht es in der Tat in den neuen Twitch-Verhaltensregeln. Und dabei geht es ganz einfach darum, dass Twitch den Streamern verboten hat, sich allzu freizügig und zu offenherzig zu präsentieren. Das kennen wir vielleicht aus dem einen oder anderen amerikanischen Livestream, wo es irgendwie um Gaming geht, wo die Webcam einen relativ großen Bereich des Bildschirms beinhaltet, wo eine junge Dame dann sitzt, die mit einem Bikini-Oberteil und mit einem relativ tiefen Ausschnitt den Brüste-Bonus benutzt, um mehr Jungs in den Stream zu lockern, sage ich jetzt mal. Und ja, es gilt lapidar auch für die männlichen Streamer, die sollen sich auch nicht mehr nackter hinsetzen. Und Twitch geht noch weiter und sagt zum Beispiel, wenn es jetzt sehr heiß ist und ihr sagt, boah, bei mir ist es so warm, ich muss den Bikini-Oberteil tragen, dann doch bitte die Facecam nur aufs Face richten und nicht auf das andere, wo die Jungs immer hingucken. Und jetzt wäre meine Frage dazu, das ist ja vollkommen okay, dass Twitch sagt, ey, wir wollen keine nackten Streamer und so und nix perverses oder was weiß ich. Aber ist es wirklich okay, dass Twitch uns vorschreibt, wie wir uns vor die Kamera zu setzen haben? Electronic Arts hat sich jetzt auch nochmal offiziell zum Release-Termin für Star Wars Battlefront geäußert und zwar haben sie am 28. Oktober wirklich getwittert, dass die Macht mit euch sein möchte zu den Ferien 2015. Und wenn man Holiday sagt in Amerika, meint man immer die Weihnachtsferien. Das bedeutet also, Star Wars Battlefront wird in etwa parallel zu Episode 7 erscheinen. Activision hat dann derzeit auch Informationen zum Season Pass von Call of Duty rausgehauen, inklusive einem neuen Trailer. Und insgesamt wird es halt vier DLCs geben, allesamt Multiplayer-Content und jeder Pack ist quasi für 14,95 Euro zu kaufen. Ihr könnt aber auch mit diesem Season Pass ein ganz klein bisschen was sparen. Den gibt es nämlich für 49,95 Euro. Dann hättet ihr über das Jahr verteilt einfach 10 Euro weniger bezahlt. Bethesda hat jetzt auch einen Mini-Patch für die PC-Version von Evil Within rausgebracht. Und zwar geht es darum, dass man jetzt mittlerweile eine Letterbox-Einstellung hat, mit denen man diese Streifen oben und unten entfernen kann. Und zusätzlich wurde diese 30 FPS-Begrenzung aufgehoben. Ich muss jetzt gestehen, ich fand diese cineastischen Streifen gar nicht so schlecht, aber eure Meinung dazu könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinhauen. Dann gibt es einen wirklich sehr hübschen Trailer zu Assassin's Creed Unity in Zusammenarbeit mit Nvidia, der die Vorzüge der PC-Version nochmal hervorheben soll. Kommt natürlich auf YouTube nicht ganz so gut rüber, aber viele Leute haben sich wirklich auch über die immens hohen Systemvoraussetzungen für Unity aufgeregt. Und da sind die Mindestvoraussetzungen laut Ubisoft wirklich aktuell eine GTX 680 und mindestens ein i5-2500, also mit einer ordentlichen Taktfrequenz von 3,3 GHz. Die Karte sollte mindestens 2 GB RAM haben. Und die empfundenen Settings sind mindestens eine GTX 780. Ja, da wollen wir jetzt noch gar nicht von den maximalen Settings reden. Aber auf der einen Seite regen die ganzen PC-Spieler sich immer über Portionierungen auf und dass sie nicht die volle Grafikpower kriegen. Und wenn dann ein Spiel kommt mit hoher Voraussetzung, was dann auch coole Features beinhaltet, sind auch Alarmjammert. Ich muss sagen, ich habe jetzt leider die Leistung. Ich freue mich drauf. Wer aktuell darüber nachdenkt, sich eventuell eine Xbox One kaufen zu wollen, der sollte eventuell noch damit bis zum Weihnachtsgeschäft warten. Denn Microsoft hat angekündigt, dass die normalen Editionen zum Weihnachtsgeschäft in den Staaten um 50 Dollar gesenkt sein werden. Also das heißt, in den Staaten wird das Ding dann 349 Dollar ohne Kinect kosten. Und das wird wohl auch für die Bundles zutreffen, die es da geben wird. Also inklusive Games wie Assassin's Creed. Ob das Ganze für den europäischen Markt geplant ist, ist derzeit noch nicht so wirklich klar. Also für UK wurde bestätigt, dass das dort nicht geplant ist. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das auch für das Weihnachtsgeschäft in unseren Breitengraden gilt. Ja, danach wurde in der Tat Phil Spencer gefragt bei einem Interview. Das ist ja der aktuelle Gaming-Onkel von Microsoft und was er davon hält, beziehungsweise was sie mit dieser Marke Minecraft denn vorhaben würden. Und gerade zum Thema Minecraft 2 sagt er selber sowas wortwörtlich wie, er ist sich nicht ganz sicher, ob das überhaupt Sinn macht. Und man würde da schon sehr auf seine Community hören und möchte ganz gerne, dass die Community sehr zufrieden ist. Und bevor man irgendwie die Erlaubnis hat, überhaupt was Neues zu kreieren. Und da hat er beim Thema Minecraft eigentlich nach wie vor gesagt, dass diese Vernetzung immer noch so ein ganz großes Thema ist. Also er erwähnt dabei explizit Xbox One und den PC, dass man ja auf dem PC Zugriff zu den Mod-Servern hätte. Und man prüft derzeit, ob man das Gleiche nicht für Xbox Live halt auch anbieten kann, dass eben die Konsolenspieler auch auf die Mods und sowas zugreifen können oder eventuell untereinander Karten tauschen können und solche Geschichten. Er erwähnt da natürlich nicht die PlayStation 4 Variante. Wäre man gespannt, ob die dann in Zukunft da in die Röhre schauen werden. Ubisoft hat ja bereits vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass sie den Release-Termin von The Crew verschoben haben. Und damals haben sie auch zeitgleich gesagt, dass das aber immerhin mehr Zeit bringen würde für eine zweite Beta auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Und jetzt wurden eben die Termine bekannt und es ist eine wirklich sehr kurze Beta, denn sie geht vom 6. bis zum 10. November lediglich. Also wenn ihr da noch dabei sein wollt und wirklich ein cooles Rennspiel mal ausprobieren möchtet, solltet ihr euch flix da anmelden. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in meinem ersten Post in den Videokommentaren. Zum Schluss noch ein paar Zahlenbeispiele, denn aktuell hat sich GTA 5 wirklich 34 Millionen mal verkauft und das noch ohne die am 18. November erscheinende PlayStation 4 und Xbox One Version. Weil man ja aber bekanntlich nie genug Geld haben kann, denkt Take-Two aktuell über eine HD-Collection der alten GTA-Teile nach. Also ob man die aufgepimpt nochmal in so einem 3er-Pack wiederbringen möchte. Da könnte ich jetzt ja sagen, ja, eventuell mal vielleicht den ein oder anderen Mod und eine IMB laden, dann wäre das am PC gar nicht nötig und so ziemlich das Überflüssigste, was ich mir gerade vorstellen kann. So, das war's wieder mit den Daily News, war wieder eine kürzere Folge heute. Ich hoffe, das ging irgendwie trotzdem okay. Wie gesagt, ich muss mich da noch ein ganz klein bisschen schonen, hoffe, das geht aber nächste Woche nochmal weiter. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, gerne Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und haut rein!